So, na dann mal los hier. Heute ist glaube ich Rekruten. Heute kommen neue Bewerber rein. Und es gibt immer noch kein Schnee, wie Spadman. Warum liegen da Blumen um den Baum? Ich hatte schon Angst. Ich bin da. Na ja, wir haben doch heute Rekrutenklasse. Ja, richtig. Ich zieh mich um. Na dann hoch. Wie gut war Ihr Stuhlgang heute? Tatsächlich muss ich sagen, bis jetzt war es eigenes los. Ja, das wird sich ändern. Wundervoll. Ich muss auch mit Lüg reden. Mit so vielen reden. So, wie sieht es aus? Wann kommen denn die Rekruten? 20.15 Uhr. Ich lasse sie jetzt gleich einsammeln und erstmal hinten in den kleinen Besprechungsraum bringen. Und dann holen wir die vor Ihr Büro. Wir können den in den großen Besprechungsraum bringen. Weil wir haben doch da jetzt einen Rechner. Ja, stimmt. Die sollen einfach in den großen rein. Da können die sich auch beschäftigen und dann ist das in Ordnung. So, kommen Sie mal her. Was los? Lassen Sie auf. Also, Moment. Stopp. Ich muss kurz mein Handy überprüfen. Okay. Wöchentlich überweisen. Kadetten. Überzüglich Eastgate-Gespräch. Ich habe gerade Eastgate draußen gesehen. Ja. Weil er die ganze Zeit nicht erreicht hat, hat der Walkow gefragt, ob der, bis sie da sind, wieder Dienst machen darf. Walkow hat das genehmigt. Ja, der ist ja heute da. Also werden wir das heute wahrscheinlich terminieren. Okay. Erstmal muss ich alles nacheinander. Okay, dann sprechen Sie. Gut. Fangen wir mal an. Die Ballers haben in einer lange geplanten Aktion mit über 15 Beteiligten gestern eine Streife eingepackt, die gefangen gehalten und auch körperlich misshandelt. Wer sind die Ballers? Die lilanen. Warum haben die das getan? Vollkommen unklar. Wir haben die auf eine alte Baustelle geschleppt. Auch die Streife schienen komplett random ausgewählt. Okay, dann werden wir die heute zur Sau machen. Ja, ich bin da gestern Nacht schon rein mit ein paar Leuten, aber da waren die nicht mehr da. Wir hatten da noch einen anonymen Anruf, dass deren Autos sehr komisch stehen. Deswegen haben wir die mal alle abschleppen lassen, zur öffentlichen Sicherheit. Okay. Aber mehr konnten wir dann auch nicht mehr machen. Gestern war erstmal wichtig, dass wir die Officer da rausholen. Welcher Officer waren das? Sato und Riedle. Oder Rettig? Rettig. Wir haben auch eine große Akte dazu. Wir haben von den 15 Tatverdächtigen tatsächlich nur drei stellen können. Wir hatten diese Baustelle hermetisch abgeriegelt. Jedes Mal, wenn wir uns genährt haben, wurde das direkt auch gesehen und weitergegeben in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Also, das muss lange geplant gewesen sein. Ja, dann höhlen wir die aus jetzt, ja. Richtig. Ich habe da auch schon mit den Staatsanwälten gesprochen. Die wollten das nicht pauschal vorher geben, aber die haben gesagt, sobald wir da rein wollen, sollen wir anrufen. Allein schon heute zu Beweissicherungszwecken, weil die ja alle maskiert und verkleidet waren in Weihnachtsklamotten. Natürlich. Und dann kriegen wir da sicherlich was. Naja, wie gesagt, die haben vor allem Sato relativ hart rangenommen. Die musste eine Waffe in den Mund nehmen, also den Lauf einer Waffe. Die, ihre Haut wurden Dinge eingeritzt mit einem Messer. Jesus Christ. Ja, totaler Scheiß. Deswegen bin ich da auch gestern noch relativ wütend rein, aber keinen mehr angetroffen nachts. Ja. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass Perkins mit der Struktur in diesem Department unzufrieden ist. Was? Und gerne die Rangfolgen hier im Department ändern möchte. Was? Ja. Er hat dafür versucht, Walkow auf seine Seite zu ziehen. Er hat Walkow zu einem privaten Termin eingeladen. Und hat dann gesagt, er wolle nicht, dass ich ihr Nachfolger werde. Und ich bin in meiner Position sowieso falsch. Und er wolle Walkow helfen, mich abzusägen. Wann hat dieses Gespräch stattgefunden? Am 15. Oder 16. Am 15. Oder 16. Walkow ist leider gerade nicht da. Sonst hätte er das jetzt nochmal vor Ihnen ausführen können. Ich hatte eigentlich gehofft, dass er schon da ist. Okay, ich muss mit Walkow sprechen. Richtig. Dann hat der Richter Doyle gerichtssfest oder belastbare Aussagen bekommen, dass zumindest mal ein Abteilungsleiter des SDs mit Kriminellen zusammenarbeitet. Ja, dann soll da ein, äh, soll das... Sobald er in den Dienst kommt, will der da zugreifen. Okay, okay. Ähm, also wir haben jetzt die Sache bei den Ballers. Wir haben eine interne Situation. Und was noch? Das sind die beiden großen Dinger. Dann gab es irgendwie einen Anruf, als ich nicht da war, auf die Leitstelle von der Stadtverwaltung oder sowas, dass Derek Holloway das Land verlassen musste. Oh ja, da habe ich auch ein Pager-Informationen bekommen, dass der, äh, äh, irgendwie ausgewiesen wurde oder sowas. Ähm, auf jeden Fall, ähm, dass ich den kündigen soll. Ja, ja. Genau. Ich habe seine Personalakte dann gelöscht. Ja, ja, alles in Ordnung. Das bekannt. Gut. Dann, ich habe Ihnen die Namen der heutigen Rookie-Class schon geschickt. Ja. Ich würde Ihnen jetzt auch noch die aktuell freien Nummern geben. Ja. Schicken Sie die auch einfach. Genau. Die schicke ich Ihnen auch. Dann müssen wir nur gucken. Hat das Wolkow gemeldet? Ja. Der ist zu mir gekommen. Deswegen hat das auch so lange gedauert, weil er erst mit mir reden wollte. Wollte mich da ins Vertrauen ziehen, weil er nicht wusste, wie er reagieren soll. Perkins hat ihm gesagt, er soll sich innerhalb von einer Woche entscheiden, ob er... Was wollte er denn von Perkins? Also, was wollte Perkins von ihm? Was, was, was war die Forderung? Also, Perkins dachte laut Wolkow, dass er Wolkow, dass Perkins Wolkow zum Deputy-Tief für das Department hier unten machen möchte. Perkins dachte nochmal. Nochmal bitte. Also, Perkins war der Meinung, er hätte gehört, ich solle dieses Department hier übernehmen. Ja. Was komisch ist, weil außer uns beiden weiß davon ja noch keiner. Vermutung, ist egal. Ja. Auf jeden Fall findet er das schlecht und möchte lieber, dass Wolkow das macht. Und er möchte die Doors zusammenlegen und auch dabei sollte Lück ihm dann noch helfen, aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall wollte er, dass Wolkow mich absägt und dabei hat er ihm quasi seine Unterstützung angeboten. Seine Mentorship. Aber da sollten wir tatsächlich einfach auf Wolkow warten und jetzt nicht vorschnell aktiv werden. Ich habe Wolkow gestern gesagt, er soll Perkins erstmal zusagen, ob da noch, weil Perkins hat sich natürlich, der Mann ist ja nicht dumm, da so nebulös wie möglich ausgedrückt, um da noch irritabilere Aussagen zu bekommen. Okay. Die Sache mit Sato und, ist Sato im Dienst? Die war auf jeden Fall da. Ich habe vorhin mit dir telefoniert, weil sie noch zur Nachbehandlung im Esti war. Ja. Wie geht's dir? Kann nicht. Den Umständen entsprechen, die ist psychisch natürlich relativ angeschlagen. Scheiße. Aber sie wird heute auf jeden Fall nur Indiems machen. Okay. Lassen Sie uns erstmal die Rekruten machen, wenn die da sind. Schicken Sie mir noch die Nummern. Ich gebe gerade die Nummern. Ich muss noch zwei da rausnehmen. 19 ist noch nicht frei, die müssen wir noch frei machen. Und die 33, die beiden Kollegen, sind nämlich schon eine ganze Weile nicht da. So. Aber das sind erstmal die aktuellen Freien. Weggedrückt. Richter Doll. Der will auch mit Ihnen reden. Richter Doll. Die haben mich angerufen, ich habe sie weggedrückt, jetzt habe ich sie zurückgerufen. Ja, richtig. Der Chief wäre jetzt auch da, falls Sie nochmal mit ihm reden wollen. Okay. Ist denn der Sheriff, den Sie festnehmen wollen, im Dienst? Okay. Ich bin gerade noch eingebunden, wäre aber dann relativ zeitnah für Sie verfügbar. Ah, so zehn. Ah, habe ich verstanden. Ja. Da muss ich dabei sein. Gut. Bei dem Abteilungsleiter? Ja. Ja, natürlich. Haben Sie mir die SMS geschickt? Ja. Ich gucke mal gerade, wie viele von den sechs Angemeldeten wir jetzt tatsächlich haben. Ja. Und dann bringe ich die in den großen Besprechungen. Ich habe gerade nicht viel Zeit, es ist dringend. Ja. Es würde so zwei Minuten dauern. Vielleicht mag ich Sie frei. Und mein Star hat auch nicht viel mehr. Gut, Kobang, kommen Sie. Okay. Was wollen Sie? Chief, ich weiß nicht, ob Huckleberry Sie schon darüber aufgeklärt hat, was gestern passiert ist? Ja, ich habe es gerade gehört. Mit der Geiselnahme? Ja. Genau, genau. Ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, Chief, da sind, äh, ich war da gestern nicht bei, aber heute, naja, ich stehe da ein bisschen zwischendurch, weil, ähm. Was tun Sie? Ich war heute, ich stehe da, also heute mit einem Kollegen auf Streife. Ja. Und dieser Kollege X, äh, naja, wir waren bei den Ballers und ich hatte das Gefühl, der wollte den irgendwas anhängen. Und das war halt sehr gefährlich, weil wir sind dann mit denen auf den Hinterhof gegangen, ohne Sicherung und ohne Funken. Ich habe, ich habe das Gefühl, es passieren vielleicht ein paar emotionale Fehler gerade wegen der Geschichte. Und da wollte ich Sie nochmal fragen, ob, ähm, naja, ob wir da nochmal ein besonderes Auge drauf haben können, dass wir jetzt, äh, wie soll ich sagen, dass wir uns nicht selber schaden mit dem Fall. Mhm. Dass keine Fehler begehen, wissen Sie? Habe ich verstanden. Ja. Haben Sie sonst was? Das war es eigentlich, ja. Nö, nö, das war es. Ansonsten bin ich zufrieden. Alles gut. Alles klar. Gut, danke. Okay. Resnikova, ähm, Kobayen, gehen Sie. Was kann ich für Sie tun? Äh, ich wollte Ihnen den Tag ein bisschen versüßen. Ich habe Ihnen ein E-Mail geschrieben. Haben Sie vielleicht schon gesehen, die Bild? Resnikova, ich habe heute wirklich keine Zeit für zwischenmenschliche Interaktion. Tut mir leid. Gut, dann noch eine Sache wegen ihrs geht. Ja. Ich habe sich mit ihm gesprochen. Ja. Er hat sich mir ein bisschen sein Herz ausgeschüttet. Und ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass er wahrscheinlich nicht so gefördert wird. Er hat das Herz auf dem rechten Fleck. Und ich denke, dass es ihm jetzt Gutes werden kann. Aber ich glaube, vielleicht ist sein Wunsch mehr beim SD zu sein. Weil die schreiben da auch nicht so viele Akten und da können sie ihn mehr unter die Fittichen nehmen. Okay, Resnikova, auch das habe ich zur Kenntnis genommen. Gut. Dann war das alles. Ich danke Ihnen. Hackerberry, wie sieht es aus? Ja. Ja, aktuell drei. Da kommt noch der vierte. Da kommt noch der vierte. Ich habe hier noch einen. Wir müssen heute unbedingt noch eine Besprechung ansetzen. Das heißt, wir haben jetzt einen strikten Zeitplan. 20.30 Uhr, 20.30 Uhr die Einstellung jetzt in vier Minuten. Dann 20.45 Uhr die Besprechung. Ich gehe zur Leitstelle, gebe das weiter. Bis 20.30 Uhr sind die da, sind da. Ja. Leitstelle? Ja. 20.45 Uhr, dringende Besprechung. Jo, gebe ich sie durch. Ja. Oh. Besprechungsthemen. Ich habe nur eine Besprechungsthema. Und das ist die gestrige Situation. Ich lese mir gerade die Akte durch. Ja, wir müssen aufpassen. Also ich habe den Officern gesagt, sie sollen da natürlich hinterher sein. Aber nur mit den Mitteln des Gesetzes. Cobain war vorhin schon bei mir. Ja, ich weiß. Es gab wohl heute Morgen, aber ich verstehe da seine Beschwerde nicht ganz. Der Kollege war da und hat nur 10.12 Uhr gemacht und ist wieder gegangen. Also. Ja. Ich glaube, Cobain verstehe die Situation nicht ganz, weil er gestern nicht dabei war. Nicht der doll. Tja. Heute wird Crime-MP zerstört. Das wird unangenehm. Das wird unangenehm. Aber. Mein Gott, Alter. Wer dumm genug ist, sowas durchzuziehen, der wird dementsprechend konsequent sein. Also geht um Cooper, der ist aber noch nicht im Dienst. Ja. Ähm. Doyle meldet sich, sobald er in den Dienst kommt. Gut Besprechungsthemen. Ja, also wie gesagt, jetzt müssen wir die Emotionen etwas niedrig halten. Ich weiß. Und trotzdem natürlich den Fokus da drauf legen. Die müssen merken, dass sie damit nicht durchkommen. Das ist ein sehr schwieriger Gradakt, den wir da vollführen müssen. Schwierig ist es nur, wenn man nicht weiß, was man sagen soll, Huckleberry. Für die Officer schwierig, emotional. Ich versuche mich gerade in unsere Kollegen hinein zu versetzen. Wir haben mir das angeleitet. Haben wir sonstige Themen außer diesem Sachverhalt? Die Einigkeits mit den Akten können wir heute drauf scheißen. Wichtig bitte, die Ausfahrt der Garage abzuschließen. Das ist ein direkter Zugang ins Innerste des Departments. Und die wurde jetzt ein paar Mal offengelassen. Okay. Gehen Sie zu den Rekruten, ich bin gleich da. Ja. Dann werden die nächsten Tage ein bisschen unangenehm, die ganze Zeit in den Zellen RP mit den Wänden zu machen. Und der Chief kümmert sich jetzt um die Einstellung. Gut. Ah. So, hatten wir nicht vier? Ja, vier. Sind auch vier hier. Dann muss sich der Herr, der in der Mitte steht, vor der gesamtgroßen Tür oder vor dem Pult mal entspannen. Ah, ich danke Ihnen. Fantastisch. Gut. Dann herzlich willkommen im Central PD im Los Santos Police Department. Mein Name ist Manfred Lentz. Ich bin hier Chief of Police. Aber nicht nur Chief of Police. Das bedeutet, ich bin der höchste Exekutivbeamte in ganz San Andreas. In diesem Zusammenhang auch Vorgesetzter für die Officer im Norden. Die Sheriffs, wie Sie vielleicht schon mal gesehen haben. Wir werden Sie heute in das Central PD integrieren und Ihnen die Befähigung geben, die Ausbildung zu starten. Vor der Tür haben Sie vielleicht schon die Ausbilder kennengelernt oder gesehen. Die werden Sie gleich persönlich herumführen. Wir haben hier eine gewisse heikle Situation heute. Das heißt, es kann vielleicht zu den ein oder anderen brenzligen Sachen kommen, bei denen Sie entsprechend sich zurückhalten müssen. Ich sage das vorab, weil das heute einen Fokuspunkt diesbezüglich gibt. Nichtsdestotrotz wird in der Ausbildung von Ihnen einiges abverlangt. Nicht nur theoretisch, ganz besonders praktisch. Und bei der praktischen Sache meine ich, dass Fähigkeiten beigebracht werden, die von Ihnen auch abgerufen werden müssen. Wir arbeiten in einem Zwei-Schritt-Programm. Sie werden als Kadett integriert oder als Kadettin und dann dementsprechend über einen Recruit-Officer zum hoffentlichen Officer Third Class geführt. Diese Ausbildung erstreckt sich im Durchschnitt über vier Wochen, bis Sie die volle Befähigung haben. Wenn Sie das schaffen, umso gut für Sie, wir versuchen Ihnen alles mitzugeben, was Sie dafür brauchen. Wenn Sie es nicht schaffen, ist das etwas, was statistisch wahrscheinlicher ist tatsächlich. In der Regel ist es so, dass wir von drei Personen, die sich bewerben, vielleicht vier Personen, die sich bewerben, eine nehmen. Das bedeutet nicht, dass Sie in Konkurrenz zueinander stehen. Das bedeutet einfach nur, damit Sie sich ein Bild davon machen können, wie das Ausbildungsmaterial auf Sie wirken könnte. Ganz am Ende liegt es immer an Ihnen. Es liegt an Ihnen, ob Sie Einsatz zeigen, ob Sie neugierig sind, ob Sie die Befähigung haben. Ich werde jetzt Ihren Namen nennen und dann werden Sie zu mir treten. Ich gebe Ihnen Ihre Dienstnummer und dann geht es raus zu den Ausbildern. Fantastisch. Birkheim. Haben wir Birkheim hier? Brinkheim ist das. Nee, Brinkheim. Genau. Mr. Brinkheim. Entschuldigen Sie, ich habe Birkheim gelesen. Haben Sie mich verstanden gerade, was ich gesagt habe? Ich habe Sie verstanden, ja. Fantastisch, fantastisch. Gut. Gut. Dann geben wir Ihnen mal erst die Zugangsberechtigung und dann schauen wir mal Brinkheim. Alles klar. Welche Nummer für Sie, Sie haben die Dienstnummer 87, PD 87. Haben Sie das verstanden? 87, so verstanden. Alles klar. Dann können Sie durch die Doppeltür gehen und zu Ihrem Ausbilder oder zu einem Ausbilder. Huckleberry hat ja schon zugewiesen. Nein, nein, ich bring ihn raus. Alles klar. Fantastisch. Ich folge. Gut. Dann Street. Mr. Street. Auch Sie haben mich verstanden? Mr. Street. Ich kann Sie auf jeden Fall gerade nicht verstehen. Haben Sie mich verstanden? Street. Ich weiß, Sie sind ein bisschen nervös, aber Sie müssen mit mir sprechen. Street. Verdammt nochmal Street. Was ist mit Ihnen los? Street. Street. Street muss sich in die Hände klatschen. Haben Sie gerade irgendeinen Schock gekriegt, als Sie sich das letzte Mal entspannt haben? Oder was? Können Sie mit Street kommunizieren, Huckleberry? Haben Sie eine Zeichensprache drauf, die ich noch nicht verstehe? Street. Können Sie mich hören? Ach, verdammt nochmal. Anscheinend nicht. Er ist direkt zusammengebrochen. Adams. Mr. Adams. Jawohl, Sir. Können Sie mich hören? Natürlich. Fantastisch. Gut. Adams. Ihnen gebe ich ebenso die Berechtigung. Fantastisch. Und dann schauen wir mal, welche Dienstnummer wir für Sie haben. Dienstnummer PD6060. Alles klar, ich danke. Alles klar. Huckleberry, bringen Sie ihn raus. Und last but not least, Frau Belun. Fantastisch. Gut, dann geben wir Ihnen auch mal die Berechtigung. Belun habe ich richtig ausgesprochen, ja? Belun. Stimmt. Alles klar. Gut, dann schauen wir mal. Dienstnummer 59. PD5959. 59. Alles klar. Dann viel Erfolg, Frau Belun. Dankeschön. Ja. Kollegen, kommen dann auch gleich alle rein spaziert? Naja, der Street hier. Der gastet hier irgendwie noch rum. Ja, der hat schon angekündigt, dass es ihm nicht so gut geht und dass er deshalb heute eigentlich nur die Marke abholt und erst morgen loslegt. Street. Wie ist die Lage? Entschuldigung. Wie gesagt, ich bin etwas krank. Das ist ja kein Problem, Street. Ich gebe Ihnen hier schon mal die Marke. Ja, meine PD-Nummer hätte ich noch gerne, so. Die kriegen Sie auch. Bleiben Sie mal ruhig. Entschuldigung. Merkst du, Sie haben es eilig. Ich verstehe das. Wenn es drückt, drückt es. Naja, wir kriegen das hin. Diese Kopfschmerzen, da noch Hustanfälle heute gehabt. PD-Nummer 39. 39, danke. Dann viel Erfolg. Ich bringe Sie raus. Dankeschön. Das Update zerfickt ihn. Na, Wind. Na, Wind. 45, fangen wir an. Ja, Jake, aber freut mich, dass wir wieder im Dienst sind. Sato ist noch aktuell im Innendienst. Warum zur Hölle? Also, das ist das Dümmste einfach, was du machen kannst. Polizeiofficer entführen. Es ist so. Oh, kommt, Jungs. Das ist nicht schlau. Das ist einfach nicht schlau. Herzlich willkommen zur täglichen Besprechung des Los Santos Police Departments Central PD. Heute mit zwei Themen. Heute mit zwei Themen. Eins davon ist mir sehr, sehr wichtig. Das erste Thema, ich hake es jetzt einfach mal ab, weil das auf meiner Liste steht, ist, ähm, bei der Ausfahrt aus der Garage, achten Sie bitte darauf, dass Sie die Garage auch schließen. Weil das ein Direktzugang zum Herzen unseres PD ist. Also, wenn Sie mit den Fahrzeugen rausfahren, schließen Sie es bitte zu. Gut. Das Zweite. Wie Sie sicherlich mitbekommen haben, gab es gestern eine Situation. Eine Situation, bei der zwei Police Officer von uns entführt wurden. Als Geisel genommen. Von kriminellen Energien dann draußen. Eine Kollegin und ein Kollege. Officer Rensato und Officer Rettig. Diese kriminelle Energie, die sich zusammengefunden hat, wird den Tag verfluchen, an dem sie sich zusammengefunden hat, um das zu tun, was sie gestern getan haben. Aber, das, was wir tun werden und das, was wir tun müssen, wird im vollen Umfang rechtmäßig in Einklang mit dem Gesetz von San Andreas sein. Wir werden uns nicht, wir werden uns nicht, ich wiederhole das, auf dasselbe oder ein ähnliches Niveau herunterlassen. Hier ist nichts Gleiches mit Gleichem vergolten. Wir werden unsere Kraft bündeln, um gemeinsam entsprechend vorzugehen. Aber ich rate Ihnen, trotz der emotionalen Situation und das, was ich gelesen habe und was ich gehört habe, ist schrecklich. Gleichzeitig bieten wir keinen Raum für überemotionale Entscheidungen von Police Officern. Sie konzentrieren sich auf Ihre Arbeit. Sie sind die Exekutive von Los Santos, von San Andreas. Sie sind das Gesetz und Sie vertreten das Gesetz. Ich werde nicht zulassen, dass Sie im Rahmen Ihrer Uniform, wie Sie es ausüben, was anderes sind. Aber lassen Sie sich eins gesagt sein. Sprüche klopfen ist vorbei. Wir haben gewarnt, wir haben gesprochen, wir haben deeskaliert. Die rote Linie der Deeskalation ist übertreten. Niemand fickt mit dem PD. Cortes, seien Sie ruhig. Okay. Hier geht es nicht um, wer fickt mit wem. Hier geht es darum, dass ein Kollege und eine Kollegin ernsthaft verletzt wurden und dass diese Grenze, die überschritten wurde, die Übertretung, diese Barriere von uns beantwortet wird. Sie wird aber so beantwortet, dass wir die Strafen, die wir daraufhin vergeben oder die vergeben werden, nicht angefochten werden können. Vertrauen Sie darauf, dass ich mich dafür einsetzen werde? Ja, Sir. Und jetzt erwarte ich von Ihnen Dienst nach Vorschrift. Bis es kommuniziert wird, und es wird kommuniziert, dass wir da reingehen. Gibt es Fragen oder Anmerkungen? Ja, von mir. Taka, PD75, hi. Ich war gestern in der Zeitung. Ich brauche von euch die detaillierteste Aussage, die ihr jemals, glaube ich, geschrieben habt, in deiner Aktie zu diesem Fall. Also geht nochmal in euch. Selbst die Straßensperren, was ihr gesehen habt, was vorbeigefahren ist, was ihr wahrgenommen habt. Bitte schreibt es so detailgetreu wie möglich rein, wie ihr es erlebt habt, damit wir da zu einem guten Schluss kommen können, dass wir das alles wirklich in einer guten Chronologie zusammen haben. Vielen Dank. Ja, die 51 klingt sich damit ein. Ich war Co-Einsatzleitung. Erstmal vielen Dank für den Einsatz. Abgesehen von den Widrigkeiten an den Officern ist dort niemand weiter zu Schaden gekommen. Die haben die Geisel befreien können und konnten zwei TVs stellen immerhin. Deswegen brauchen wir, wie Herr Taka schon sagt, die detaillierteste Aussage, die Sie schreiben können. Wenn da ein Kieselstein in Ihre Richtung geworfen hat, dann schreiben Sie das rein. Es ist alles wichtig. Die Staatsanwältin ist da hinterher. Das darf und soll nicht wieder passieren. Wir wollen da gesetzlich mit äußerster Härte gegen vorgehen. Deswegen achten Sie bitte darauf, auf Ihre Aussage, dass Sie so detailreich, ich muss es gleich nochmal wiederholen, ist wie möglich. Nichtsdestotrotz vielen Dank für Ihre Arbeit. Das war sehr gut. Sonst noch jemand? Ja, für mich auch nochmal. Der Einsatz ist wirklich super gelaufen. Er war strukturiert von allen Streifen. Wir haben das Beste aus dem Ganzen gemacht. Vielen Dank dafür. Gut, dann hätte ich auch noch was. Anderer großer Einsatz, die Entführung Bennys, die dann mit der Schießerei an den Ölfeldern geändert hat, wurde die Akte vom DOJ zurückgegeben. Falls irgendjemand weiß, welcher Staatsanwalt den Beschluss, dass Markus Rehnbrandt im Pillbox festgehalten werden darf, verfasst hat, bitte einmal per Draht bei der 48 melden oder eine SMS schreiben. Danke. Gut. Wenn ist das soweit wahr? Nee, ich habe nochmal was. Ich wollte mich nochmal bei den Kollegen bedanken für die gute Zusammenarbeit mit den neuen Kadetten und Officer-Rekruten. Das funktioniert nach der letzten Ansprache sehr, sehr gut. Bitte machen Sie weiterhin so gute Arbeit. Gehen Sie auf die Kollegen zu, unterstützen Sie diese weiterhin. Wollte ich mich von der Education nochmal bedanken bei Ihrer Arbeit. Vielen Dank für Ihre Unterstützung im Ausbilden der Kadetten und Officer-Rekruten. 73 Martens hätte noch was. Und zwar geht es um die Akte 50 294. Das war die Schöpfer von die Lost-Leute mit anschließender 10 99 und Beschuss auf die Officer. Da fehlen allerdings noch ein paar Aussagen, beziehungsweise die Leute, die dabei waren, bitte noch Aussagen nachtragen von den Täter und jeweils von die Streife. Gut, dann danke ich Ihnen fürs Vorbeikommen. Vertrauen Sie auf Ihre Arbeit. Vertrauen Sie auf die Arbeit Ihrer Kolleginnen und Kollegen. Eastgate hat noch was. Eastgate, Sie brauchen jetzt nicht, wir haben gleich ein Gespräch. Ja, das geht nur wegen dem Baum, der da draußen gerade ist. Bitte nicht anlehnen, sonst kriegen Sie eine Allergie-Dings. Danke, Eastgate. Gut. Dann Fragen melden. Vielen Dank für Ihre Arbeit. Konzentrieren Sie sich aufs Wesentliche und handeln Sie nicht überemotional. Gehen Sie. Ja, 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 ja. Dann wollen wir gleich los. Hm. Ja, ich muss jetzt gleich das Gespräch führen. Was sagen Sie? Ich weiß nicht, inwiefern Sie meine Meinung da hören wollen, aber... Sagen Sie. Ich drücke es Ihnen jetzt einfach aufs Auge, ja? Ja. Ich empfehle tatsächlich, wenn möglich, eine Versetzung uns ist und keine komplette Kündigung. Keine aus meiner persönlichen Sicht. Ja. Zur Kenntnis genommen. Gut. Danke. Was hat Doyle gesagt? Richter Doyle hat angerufen. Der Sheriff ist jetzt da. Er würde jetzt vorbeikommen und wird dann mit uns zusammen hochfahren. Alles klar. Kommen Sie bitte zum Gespräch von Eastgate mit. Das ist wichtig. Ah ja, der hat sich bestimmt kaputt gemessen. Kommen Sie, Eastgate. Ja, ich bin befreit. Alles klar. Okay, weiß ich Bescheid. Ja. Herr Mr. Hammond. Wissen Sie ja wahrscheinlich auch als Staatsanwalt. Eastgate. Ja, ist schief. Was mache ich mit Ihnen? Weiß nicht, Schief. Ich weiß ja gar nicht, um was es geht. Um Ihre Kündigung. Kündigung? Ja, Ihre Entlassung. Wieso das denn? Wieso? Ja. Weil Sie nicht die Leistung bringen, die Sie brauchen, um Police Officer zu werden und Sie schon seit mehr als zwei Monaten Recruit Officer sind. Ja. Wollen Sie nicht weiterkommen? Doch. Ich finde das ja auch immer kacke, dass ich jede Woche nicht befördert werde. Ich möchte ja auch vollwertiger Officer sein. Ich habe sogar bei verstärkten Education Maßnahmen mitgemacht. und andere Sachen mehr noch beachtet wie sonst. Eastgate. Woran liegt das? Weiß nicht. Also meine Mutter hat immer gesagt, ich bin vom Wickeltisch gefallen früher dreimal. Und auf dem Kopf. Aber das hat er, weiß ich nicht. Im Großen und Ganzen. Eastgate. Wissen Sie, Wir haben jemanden wie Cortez dazu verhelfen können, dass sie Police Officerin wird. Wir haben jemanden wie Hobbs, Ronny Hobbs, helfen können, dass er Police Officer wird. Wir haben wirklich die best ausgestattete Ausbildungseinheit, die es gibt, um Leuten zu helfen, Police Officer zu werden. Ich will also wissen, woran liegt das, dass Sie diesen Sprung nicht schaffen? Haben Sie, sitzen Sie nicht bei der Education, haben Sie zu wenig Kontakt mit Education Officern? Das ist soweit genau richtig, ja. Warum ist das so? Na, erstmal, weil ich ja die anderen Zeiten meistens habe. Was sind andere Zeiten? Vormittags und spätabends. Das, was ich Ihnen damals schon im alten PD gesagt hatte, dass ich ja dann immer erst so die Nachtschicht mache. So zwei Uhr oder vormittags, so ab elf Uhr und unter der Woche ja nie zur Primetime da bin, wenn hier die Luft brennt, ne. Und dann da, wo auch die ganze Education Leute da sind, ne. Und da habe ich aber auch schon vermehrt drauf geachtet, wenn am Wochenende irgendwelche Sachen sind, dass ich dran teilnehme. Ich wollte auch mal bei einer Geschichte dran teilnehmen, da wurde mir dann gesagt, nein, wir sind jetzt schon voll, das geht jetzt nicht mehr, ne. Da habe ich das so hingenommen, ne. Und mehr als mich da einbringen kann ich ja nicht, ne. Einmal war ich auch mit dem Herrn Wied unterwegs, der wollte mit mir auch Education machen, da war ich aber dann gerade nicht mental in der Lage dazu. Da habe ich mich dann auch nochmal entschuldigt bei ihm danach und habe gesagt, wir können das gerne nochmal wiederholen, ich würde ja gerne was von Ihnen lernen. Und da hat er sich da auch nochmal bedankt und hat dann auch gesagt, ja, das kriegen wir dann nochmal hin, auf jeden Fall. Und ich habe ja auch so, äh, trotzdem, äh, gute Arbeiten geleistet, ne, mit verschiedensten Sachen, mit verschiedensten Bürgern. Ja, na, na, zum Beispiel habe ich, äh, was so für mich persönlich das größte Ding war, war, wo ich hier, äh, die fünf Luxusautos wiedergefunden habe von, zum Beispiel von den Richtern. Da waren zwei von Richtern dabei und noch von anderen privaten Menschen. So richtig teure Autos, aber mehr von, glaube ich, einer Viertel, Dreiviertelmillion oder sowas. Ja, da war genau, da waren auch Situationen, da habe ich dann den Kollegen gesagt, dass, äh, also das war eine Situation, da haben wir Verdächtige an der Garage getroffen, beobachtet. Und die haben dann gerade ein Auto aufgebrochen, da haben wir Verstärkung gefunden, die kamen, dann sind die flüchtig gewesen, die Leute, wir konnten einen festnehmen. Und die andere Streife, die dazu kam, äh, hat jemanden auch festgenommen und den haben die dann einen Platzverweis erteilt, ne, ohne mal nachzufragen, was da war. Und ich konnte dann aber auch nicht, ist ja auch egal, ich muss ja jetzt nicht andere schlecht machen, ne. Aber das war halt ein großer Erfolg für mich, dass wir die Autos den Besitzern zurückgeben konnten, zum Beispiel, ja. Das war das Größte, ne. Und dann ja die Drogengeschichten, was wir hier am Vormittag schon hatten, ja. Oder dass man auch mal, äh, dass ich, ne, dass ich auch mal mit anderen Kollegen, die Hilfe brauchen, da auf die Leute zugehe und denen helfe. Zum Beispiel der, äh, Kadett Silver, Pfandesilver, den habe ich letztens gut geholfen mit der Akten, da hat er noch in der Akten geschrieben gehabt. Wie viele Akten haben Sie so geschrieben in Ihrer ganzen Dienstzeit, was glauben Sie? Warten Sie mal, ich habe ja hier so einen Block, ähm, also ich, wenn ich hier das mal so durchblättere, naja. Also, ich würde so sagen, äh, über den Daumen geschätzt, so 10, 12, 15 oder sowas. Was haben wir hier noch? Hm. E-Skate. Ja. Wollen Sie, wollen Sie Police Officer werden, E-Skate? Natürlich. Aber ich, manchmal tue ich erst Handeln, also bevor ich denke, ne. Ja, und dann, äh, kommen dann immer irgendwelche Reaktionen raus, die, die, äh, von anderen Leuten dann nicht so erfreut sind, sage ich mal. Wissen Sie? Ja? Also, die freuen sich darüber nicht so, dass ich das dann so gemacht habe, weil ich dann einen Kurzschluss gemacht habe. Aber, äh, ist noch keiner zu Schaden gekommen und wird auch keiner zu Schaden kommen. Und, äh, im Gegenteil, ich bin eigentlich immer hilfsbereit, zuvorkommend. Okay, ich diskutiere manchmal ein bisschen rum, weil ich nicht jede Entscheidung so positiv finde, wie andere Leute, die treffen, weil das auch in manchen Sektionen nicht so nötig ist, ne. E-Skate, warum, warum glauben Sie, dass Sie Sachen besser einschätzen können als andere Kollegen? Wir sind Recruitofficer seit zwei Monaten. Ja, aber das Zwischenmenschliche, das Alter, Herr Lenz. Aber das, aber das Zwischenmenschliche, meinen Sie, dass Sie zwischenmenschlich hier so gut abschneiden? Ne, ich nicht mit jedem Kollegen, das habe ich Ihnen schon mal gesagt. Ich muss hier, ich muss, ich will nicht mit jedem Kollegen, äh, im Einklang sein, das, das ist Arbeit hier. Ich will mit jedem Kollegen respektvoll umgehen können, ich will jeden Kollegen verteidigen können im Notfall. Ja, hinter dem stehen, das auf jeden Fall. Aber, äh, ich muss nicht im Einklang mit jemand auf der gleichen Welle surfen. Das muss ich nicht. E-Skate, aufgrund der aktuellen Situation, Aufgrund der aktuellen Situation Und folgendem Sachverhalt Wir haben Aus Hobbs Einen Officer gemacht Wir haben aus Cortez Einen Officer gemacht Wir Schaffen es Eigentlich So gut wie aus jedem Zumindest ein Officer of Third Class zu machen Aber Sie sind derjenige, der in seiner Kadettenzeit Gras gekauft hat und es mir gezeigt hat Sie sind derjenige Sie sind derjenige, der Eine ganz besondere Art hat Ich gebe Ihnen Jetzt Wir haben den 18.12.2022 Eine Frist Bis zum Ende des Jahres Um die Education davon zu überzeugen, dass Sie Police Officer of Third Class werden Wenn Sie das nicht schaffen Sind Sie zum neuen Jahr Kein Police Officer mehr Ja, wo ist der? Ich möchte Ihr Bestes sehen E-Skate Ich will den Blödsinn beiseite lassen Ich will den ganzen Diese ganzen Relativierungen Und diesen ganzen Schwachsinn Ich will es nicht hören Wir haben aus So gut wie jedem Menschen Der noch so trottelig war Hier einen Officer gemacht Aber was ist denn das Drama, Herr Lynch? Und die Aussagen, die ich bekommen habe Bezüglich Ihrer Qualifikationseinschätzung Sind verheerend Ja, was? Da muss mir doch auch mal was gesagt werden Wenn doch Huckleberry Zu mir kommt und was sagt E-Skate Ja bitte, ich höre Wir erinnern sich an die Sache mit dem Pillbox Da hatten Sie Streit mit irgendwelchen Ärzten Weil Sie denen unbedingt sagen müssen Dass das großkotzige Arschlöcher sind Und auch wenn es sie sind Kommt das nicht gut Ich weiß, das haben Sie mittlerweile geklärt Aber das hat zwei Wochen gedauert Ihr Verhalten gegenüber weiblichen Kollegen Fällt immer wieder negativ auf Da sind unpassende und aufdringliche Kommentare Nicht nur gegenüber Kolleginnen Auch gegenüber von Zivilisten Ich habe hier eine Beschwerde bekommen Erst vor kurzem Wo Sie einer Frau gesagt haben Dass man sieht, dass sie den ganzen Tag gerne isst Ja, aber Ich kann ja Ja, man kann doch gerne was essen Das ist ja nicht schlimm E-Skate Ja Sehen Sie das Problem Ja Dann Das Widersetzen von Anweisungen Gerade bei Streifenkollegen Die Rang höher sind Und dann stürmen Sie alleine in eine 1031 In irgendeinen Shop rein oder sowas Ich habe Anfragen von Kollegen bekommen Ob die Ihnen mal beibringen sollen Was passiert, wenn man alleine irgendwo ist Ob die Sie einpacken sollen Damit es Ihnen eine Lehre ist Weil die sich nicht anders zu helfen müssen Weil die Sie auch zum Officer machen wollen Na, so eine Simulation Das wäre doch mal nicht Nein, so eine Simulation wäre nicht gut Achso Und dass Officer damit überhaupt zu mir kommen Zeigt eigentlich Wie sehr die irgendwie an Sie glauben Aber wie verzweifelt die auch sind Dass Sie immer wieder reinscheißen Und E-Skates, Sie haben Glanzmomente Sie haben Momente Da machen Sie richtig gute Arbeit Und dann reagieren Sie wieder vollkommen über und falsch Und das aber in einer Regelmäßigkeit Gottverdammt, Sie sind ein Ozean-Eathgate Jede Welle ein neues Glücksspiel Ob Sie treffen oder komplett daneben schießen Ja Das ist doch manchmal alles nicht so einfach Es ist einfach Und ich mache es für Sie jetzt so einfach, wie ich kann Der 31.12.2022 Ist entweder Ihr letzter Arbeitstag In diesem Polizeidepartement Oder Ihr letzter Arbeitstag Als Officer im Los Santos Police Department generell Ja Wenn Sie sich bis dahin nicht zusammengerissen haben Und von Ihren positiven Seiten Und Ihren positiven Möglichkeiten überzeugen Besonders die Education Dann fliegen Sie raus Ich habe Ihnen mehr als genug Zeit gegeben Sich zu entwickeln Das ist überaus tolerant Sie wissen die Zeit Sie wissen das Datum Sie wissen, was Sie tun müssen Sie haben das Education-Material Sie wissen, mit wem Sie sprechen müssen Sie kennen die Kolleginnen und Kollegen Und das hilft nicht, mit Cortez rumzuhängen Es hilft nicht, mit Hobbs rumzuhängen Das hilft nicht Denn die werden Jede Worte, die Sie von denen positiv hören Haben bei mir keinen Wert Ja Bezüglich Ihrer Einschätzung zumindest Also Verständlich Gut Setze ich mich da ran Und probiere das Beste Machen Sie das Gut, das war's Ich skate Gehen Sie Dankeschön Wiedersehen Schauen Sie es nicht Mein Gott Draußen warten jetzt zwei Richter Ja Na dann Oh Gehen Sie rein holen Oder Ja Holen Sie die mal rein Den Officer raus Das war's Und Und Ich springe Ich springe Schlauze